Hallo liebe Idilfinz-Freunde, willkommen zurück in unserem fröhlichen kleinen Spiel vor lauter Sonnenschein und wo Kinder lachen, die Herzen erwärmen, nein, das ist eher deprimierend. Aber okay, das ist jetzt auch nur die Empfindung, die wir haben. Vielleicht waren die Menschen hier, die lebten in der Zeit, wo sie hier waren, noch glücklich. Wir sehen hier jetzt nur immer die Endszenen, die letzten Dinge, die die Menschen hier erlebt haben, nachdem, ja, bevor sie gegangen sind und wie man mit ihren, oder wie man in der Änderung an sie umgegangen ist. Zuletzt haben wir Louis' Finish erlebt, der Fabrikarbeiter, der jetzt in seinem Traumkönigreich verloren hat und, ja, das nicht so wirklich überlebt hat. Okay. Und schau mal, was mit dem Rest der Familie noch ist. Wir haben ja jetzt eigentlich schon, ich glaube, fast alle, bis auf Edith und ihre Mutter. Hm. Puh. Dieses verdammte Haus da hinten. Ist schon gruselig hier irgendwie, ich weiß es nicht. Ist es gruselig? Ist es nur das Gefühl oder ist es eigentlich eine schöne Geschichte? Ich weiß es nicht, also, es ist verwirrend auf jeden Fall. Ne? Kann man sich ziehen oder? Man muss ja immer die Maus bewegen in eine bestimmte Richtung, so wie man, als ob man wirklich drücken oder ziehen müsste. Das sieht man jetzt, wenn man das nur guckt, wahrscheinlich nicht so glücklich. Auch mit dem Fischehacken oder so in den letzten Folgen. Das muss ich auch die ganze Zeit machen. Mit der rechten Hand. Aber man guckt dann irgendwann, man merkt das gar nicht mehr. Und das ist dieses, ja, vielleicht auch das, was er in der Fabrik eben hatte. Dieses Stumpfsinnige, wo man einfach nur abschaltet. Diese automatisierten Bewegungen, wo man dann seine Gedanken fliegen lassen kann. So wie beim Autofahren. Der Körper macht alles von alleine. Und man denkt an ganz andere Dinge. Und manchmal ist das auch gefährlich. Auf dem Weg zurück von Louis' Beerdigung forderte mich Mom auf, mit dem Packen zu beginnen. Jetzt gehen wir nach oben. Sie wartete bis einen Tag vor unserer Abreise, um es Edie zu sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie damit leichter oder schwerer machen wollte. Für wen? Hier liegen wieder die Plakate für Milton. Aber der kann sich doch nicht einfach in Luft auflösen. Ich wünschte, wir wären geblieben. Aber ich verstehe, warum wir gegangen sind. Da ist einfach zu viele Erinnerungen hier in diesem Haus hin. Und da oben geht es weiter. Luftschlangen. Jedis. Mom. Kühlschrank. Kindergekartel. Kleine Küche hatten die sich hier eingerichtet. Die Rollos sind kaputt inzwischen. Downfinch Kitchen. Und die sind die überstürzt aufgebrochen, aber haben noch ein Teil einfach schon stehen lassen. Was ist denn hier passiert? Was ist die... Oh Gott, wie viel von diesen Dingern hat die gedruckt? Vielleicht musste sie auch davon loskommen. Diese ewige Suche. Mit Hoffnung. Was ist das Zimmer der Mutter? Meine Mutter ließ am Ende alles zurück. Also die Glasearbeiten hier sind ja auch teils extrem hier. Wir brauchen hier heute so ein Fenster noch. Die Tiffany-Lampen. Dawnfinch. Grandmas. Erinnerungen an die Großmutter. Happy 90s! Ich habe die Einzige, die wirklich alt geworden ist. Ist die Einzige Frau, die alt geworden ist hier in diesem Haus, glaube ich. So, hier. Ihr Helferausweis. Das haben schon Erinnerungen an ihren Mann. Sanjay Kumar. Die in Indien gewesen ist. Hier wohnen können. Allein schon dieses hier raufsteigen. Du bist hier einen halben Tag beschäftigt. Mehr gibt es hier nicht. Ich habe keine Erklärungen hier wirklich. Hier war das Zimmer der Mutter und dann ist oben Edith oder was? Was in dieser Nacht geschah, hatte sich schon lange angekündigt. Boah, ey, die Stufen hier. So eine Badeplattform, glaube ich, ne? Könnte man im Sommer schwimmen gehen, wenn man es wollte. Aber bei der Brandung hier. Okay. Ich sehe alles komisch. Vielleicht hätte es schon früher geschehen sollen. Edith. Das war ihr Zimmer hier. Papiervögel. Leuchtsterne. Und ein Drachen aus Papier. Zeitungspapier. Kreativ sind sie alle. Aber es musste ein Ende finden. So oder so. Jetzt blieb nur noch, dir von der letzten Nacht zu erzählen. Also, das ist ja total verrückt. Und wenn wir mal ausblenden, dass wir auf der Spitze eines riesigen, wackeligen Turms sind wahrscheinlich. Ist das ein cooles, ein cooler Raum hier. Ein cooles Zimmer. Wir müssen doch hier raufkriechen, ganz mühsam. Aber, es ist cool, oder? Die Quale kommt mir bekannt vor. Diese Kugel macht hier diese Muster an die Decke. Die Bücher hier, farblich sortiert. Wer macht denn sowas? Okay. Jetzt muss sie kriechen, oder? Ja, auf Händen und Füßen. Das sieht aus wie die Figuren aus dem Traum von ihrem Bruder. Dieses Schiff. Wusste sie davon schon, als Kind? Das ist ihr Haus aus Pappe. Oder Zeitung aus Pappmaschee. Oder? Nachgebildet. Ob gern gebastelt. Happy 90s. Ein Bild aus Indien. Idis. Okay. Ein bisschen Angst. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Idis Finch. Den ganzen letzten Tag schaute uns Edi beim Packen zu und sprach kein Wort. Bis zum Abendessen, als sie Glas anhob und sagte, auf unsere letzte Nacht zusammen und all die Nächte, die uns von da an trennen. Oma, du weißt, dass ich dir zum Alkohol gesagt habe. Einige deiner Medikamente sind sehr speziell. Idis, im Flur wartet ein Geschenk auf dich. Schau doch mal, was drin ist. Wir Erwachsenen müssen sich jetzt noch ein wenig streiten. Es tut mir leid, du hast recht. Morgen fahren wir. Lass uns unseren letzten Abend noch... Ich fahr nicht mit. Idis, du kannst jetzt gehen. Das war das letzte Essen, was wir gesehen haben, als wir zum ersten Mal ins Haus kamen. Was da alles auf dem Tisch rumstand. Jetzt sind wir in dieser Erinnerung von Flur. Der Strom war an diesem Morgen ausgefallen, aber Idi hatte immer jede Menge Kerzen. Über diese kleinen Sparrows hier. Ja, Kerzen braucht man hier auf jeden Fall. Überraschung hier. Als meine Mom die Bibliothek versiegelte, wusste sie, glaube ich, nichts von dem anderen Eingang. Die Bibliothek. Ist das das Geschenk? Oder dass Idi einen Schlüssel dazu hatte. Hat die Oma das gemacht? Wollte sie, dass wir das erfahren? Okay, jetzt haben wir unsere jüngere Idis. Aber hier sind auch überhaupt Kerzen. Die sind nicht ein bisschen riskant. Wir müssen eine enorme Feuerversicherung haben. Lass, bevor du Angst hast, wird mit Verlassen des Hauses nicht vorbei sein. Jetzt kann man sie von hier hören. Deine Geschichten haben meine Kinder das Leben gekostet. Komische Bibliothek. Hier ist ein Bett. Oder was ist das für eine Bibliothek? Ich glaube, es ist besser, wenn Idis und ich noch heute Nacht fahren. Wir sorgen dafür, dass das Altersheim morgen früh noch einen Wagen vorbeischickt, okay? Oh, die haben sich aber echt gestritten. Rudin. Field of People. Zuhause ist Milton Lewis. Was ist das? History of the Finches bei Idi Finch. Ein gebundenes Buch. Liebe Idis, es gibt so viele Geschichten, die ich dir gerne erzählen möchte, aber es bleibt nur Zeit für eine. Es geht dabei um die Nacht, in der du geboren wurdest. In dieser Nacht hatte ich das Wasser... Das kann ich nicht mehr weiterlesen. In dieser Nacht hatte ich das Wasser ganz... Hatte sich das Wasser ganz weit ins Meer zurückgezogen. Oh. Oh. Das Haus. Nur ein Fenster beleuchtet. Es war das erste und letzte Mal, dass ich das alte Haus auf dem Strand stehen sah. Das ist ja wie so ein Zubo-Abenteuer hier. Vielleicht kommen große Kragen an. Komm ich hier runter? Oh. 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 Das ist jetzt die Großmutter. Meine Güte, es stank fürchterlich. Weißt du, ich habe dieses Haus jeden Tag meines Lebens gesehen. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich dorthin zurückkehren würde. Als der Nebel hereinbrach, feierte ich mich. Oh shit. Da sieht ja wirklich nichts. Ich muss hier nur geradeaus laufen. Ich war völlig konfus. Hä? Das ist jetzt ein Stein. Ich bin eigentlich nur geradeaus gelaufen. Man sieht den Schlamm nicht vor Augen hier. Ich begann Dinge zu sehen. Dinge, deren Existenz ich völlig vergessen hatte. Aber als ich sie wieder sah, waren sie wie alte Freunde. Das alte Bett hier, oder was? Um diese Nacht sind viele Dinge zu mir zurückgekehrt. Oder vielleicht kam ich zurück zu ihnen. Das ist eine Boje. Dinge, die ich nicht erklären kann, aber die du irgendwie versuchen musst zu verstehen. Mom, du reißt sie. Lass sie los. Ich schlug um mich und schrie. Aber Mom schlitt mich zum Auto. Und ich sah Urgroß-Oma nie wieder. Am nächsten Morgen kam sie, um sie abzuholen, aber sie war verschwunden. Danach sind wir viele Male umgezogen. Oh, was kann ich machen? Wir beide versuchten, das Beste daraus zu machen. Einige Jahre gingen sie ins Land. Jetzt kann ich drehen. Meine Mom wollte nicht darüber reden. Aber sie wurde immer häufiger krank. Der Rest passierte ziemlich schnell. Oh. Mir ging es eine Weile lang besser. Und dann wieder nicht. Und dann war ich allein. Die letzte noch am Leben gebliebene Finch. Bis ich von dir erfahren habe. Ich weiß noch immer nicht, was ich über all das sagen soll. Wenn wir ewig leben würden, hätten wir vielleicht die Zeit, alles zu verstehen. Aber so wie die Dinge stehen, ist es wohl das Beste, einfach unsere Augen offen zu halten. Und zu erkennen, wie seltsam und kurzweilig alles ist. Dieses Tagebuch war für dich bestimmt. Aber jetzt hoffe ich, dass du es nie zu Gesicht bekommst. Ich möchte dich nur kennenlernen. Und dir diese ganzen Geschichten selbst erzählen. Aber wenn du es hier liest, nehme ich mal an, dass die Dinge anders gekommen sind. Oh Gott. Das ist der Moment, wo deine Geschichte beginnt. Schade, dass ich nicht da sein werde, um sie mir anzusehen. Es ist viel verlangt, aber ich möchte nicht, dass du traurig bist, dass ich nicht mehr da bin. Ich wünsche mir, dass du erstaunt bist, dass überhaupt einer von uns die Chance hatte, hier zu sein. Viel Glück. Wie die Sphinx. Wie die Sphinx. Ja. Okay. Das war's. So lustig. Hier haben wir ihre Kinderfotos hergenommen. Er war schon immer am Computer tätig, wenn es aussieht. Wie das? Vielleicht haben die aus diesen Kinderfotos auch Inspiration genommen. Gameplay-Programmer. Seht nicht sehr glücklich aus. Die Fantasiefiguren. Melden. Das ist eine Geschichte. Das soll man jetzt davon halten. Das ist eine Geschichte. Das war die Geschichte der Finches. Und einer ist noch übrig. Aber was uns das alles jetzt sagen soll. Geheimnisse werden nicht gelüftet. Wir müssen unsere eigenen Gedanken machen, so wie es aussieht. Das hat das alles zu bedeuten. War das jetzt echt? War das Einbindung an den Geschichten geträumt? Fantasieprodukte? Wollte man damit einfach nur alles schöner erklären? Oder ist das wirklich passiert? Gab es den Fluch der Finches? Haben die wirklich alle so dieses Unglück gehabt? Oder sind diese Unfälle passiert? Das ist schon alles sehr merkwürdig. Diese Krücke und so. Halloween. Und worum geht es letztendlich? Was will uns die Geschichte sagen? Nicht so einfach, dieses Spiel. Wenn man das für Spiele nennen kann. Man kann ja nicht so viel interagieren. Teilweise ist alles vorgegeben so ein bisschen. Kann nicht überall nicht so frei hinlaufen. Man muss bestimmte Dinge immer machen. Es ist halt eine erlebbare Geschichte. Wie ein lebendiges Bilderbuch. Durch das wir durchgehen und uns diese verschiedenen Lebensgeschichten uns anschauen können. Und die letzten Momente, die sie erlebt haben oder glaubten erlebt zu haben, können wir dann auch miterleben. Das ist ein erlebbares Abenteuer, was wir hier jetzt gespielt haben. Aber das lässt dann jetzt erst mal ein bisschen nachdenklich zurück. Also erzählt ist es schon wirklich sehr einmalig, muss man sagen. Wie es gemacht ist. Jede Geschichte ist anders, in einem anderen Stil. Ich meine auch überraschend. Überraschend kurz. Manche extrem merkwürdig. Aber irgendwie kann man es auch alles nachvollziehen. Das ist das Schlimme irgendwie. The End. Ja. Wie bringt man das jetzt alles unter? Ja. Ja. Die Großmutter ist auch einfach verschwunden. Edie. Er ist ja überhaupt irgendeiner. Er ist natürlich in Todes gestorben. Er ist verschwunden. Ebenso wie Edie. Good Dawn hatte wahrscheinlich Krebs oder so. Aber ansonsten. Der kleine Junge ist ertrunken. Der wurde erschlagen von einem Zelt im Sturm. Ihn hat dann auf der Jagd einen Hirsch getötet. Hat er vielleicht auch verdient. Aber okay. Das ist eine andere Sache. Worte wurde vom Zug erfasst. Das ist alles verrückt. Wo geht's dir? Wie geht man dann mit den ganzen Verlusten um? Ist das die Geschichte dahinter? Hm. Ja. Das war die Geschichte of the Finches. What do you mean of Edith Finch? Wird mich mal interessieren, was ihr zu den ganzen zu sagen habt. Wie ihr die Geschichte fandet. Ja. Was uns das Ganze sagen soll. Und das Spaß gemacht hat. Und wie es gemacht ist. Würde mich mal interessieren. Also das ist eine Sache, über die man noch mal nachdenken kann. Aber ist ja gut so. Man muss ja nicht alles auf dem Silbertablett immer serviert bekommen. Das ist jetzt auch immer noch kein Spiel, was man mal so nebenbei ein bisschen durchzockt. Und dann hat man Spaß und kann abschalten. Und dann macht man wieder was anderes. Sondern das, ja, wie gesagt, eine Geschichte, die man erlebt und die man noch ein bisschen nachdenklich macht. Und vor allem auch, ja, Pakt und Emotionen weckt. Das ist schon wirklich erstaunlich. Sehr kreatives Spiel, muss man echt sagen. Also man spielt im, manche sagen aus wie ein Walking-Simulator. Also man geht einfach nur so durch. Und, äh, das ist alles. Aber was man dabei erlebt, ist ja schon teilweise heavy. Hm. Ja. Gut. Das war's. Dann, äh, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr jetzt von dem Ganzen haltet, was ihr hier dazu denkt, wenn ihr wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder. Gibt ja noch einige auf meinem Kanal. Gibt auch bestimmt wieder bald was Neues. Und, äh, und denken wir noch mal eine Weile drüber nach, was das Ganze hier uns sagen sollte. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ein cool gemachtes Spiel. Muss man echt sagen. So, äh, kreativ eine Geschichte erzählt bekommen, habe ich jetzt schon wirklich, weiß ich nicht, lange nicht mehr. Ähm, das war echt Hammer. Das muss man mal vielleicht gesehen haben. Und, äh, sag mal so, vom Storytelling her, da kann sich so manches, äh, millionenschwere Spiel noch mal gleich eine Scheibe abschneiden. Aber okay. Sowas können meinesfalls wirklich auch nur kleine Teams, die keinen großen Druck dahinter haben, weil sie unbedingt erfolgreich sein müssen und 50 Millionen Budget, äh, wieder einspielen sollen. Und dann kann man auch mal was riskieren und einfach was machen, wo man Bock drauf hat. Jo. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und passt immer auf, wenn ihr auf Häuser geht, die 98 Stockwerke haben, übereinander gebaut worden. Das ist nämlich verdammt merkwürdig. Bye, bye.